Hallo und herzlich willkommen zurück bei Baldur's Gate Nr. 3 Da sind wir wieder und wir versuchen gerade den Goblin Angriff zu verhindern Etwas passiv gerade aber naja wir testen es mal gucken Ach die ist jetzt nicht, die ist jetzt nicht so super unsympathisch. Die ist ein bisschen schroff halt, ne? Aber es hat auch eine Charaktereigenschaft. Was ist denn hier los? Roland mein guter Das hatten wir doch schon. Ihr tut das Richtige, die Tieflinge brauchen Hilfe Und was für uns? Es gibt jede Chance, dass wir uns selbst verhindern, indem wir diesen Menschen helfen haben. Wir werden enden für ein paar Goblins' Blades, alles weil Lea hilft, auf allen Wundeten, die wir sehen. Unsere beste Chance, dass wir es zu Baldur's Gate machen, ist von uns selbst. Dieses Ort ist verloren. Wartet. Warum wollt ihr so dringend in die Stadt? Du bist auf Lerowakon's newest Apprentice? Mhm. Ja, das Lerowakon. Der größte Wizard in Baldur's Gate. Ich habe den Namen schon gehört. Ein junger Mann, ja? Lives in Rameses Tower in der Upper City. Die gleiche. Worte in Waterdeep, hat er, er ist ein bisschen wie eine Katte. Aber du sagst, er ist ein gewisser Wizard. Natürlich ist er. Der größte Spellkastiker auf dem Wundeten. Als ob ich für einen leeren Mentor hätte. In diesem Fall würde ich sehr gut empfehlen, wenn du eine Erinnerung hättest, wenn wir die Stadt erreichen könnten. Ich mag den nicht. Ich mag den nicht. Ich habe einiges über Lerowakon gehört und nicht nur Gutes. Okay. Gute Idee. Mächtige Leute zu kennen kann nicht schaden. Wartet, ich bin mal bei diesem Lerowakon nicht so sicher. Ja, ich habe einiges über den gehört, aber nicht nur Gutes. Mhm, 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 klar. So, so. So, so. Oh. Ja, gern geschehen. Gern geschehen, gern geschehen. Hey, Lia. Bemühen wir uns mal. Das Beste. Was ist denn hier? Okta. Otto Octavius. Hm. So. So. You fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. Hm. Hm. Eine Schüssel mit grauer Pampe. Einer hat mich an zu Hause. Ich nehme einfach mal eine Schüssel. Look, it ain't much, but it might make all the difference. Mhm. Grütze. Wir haben Grütze bekommen. Lecker. Tanchen Edel. Oh. Oh. If it isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh. There isn't a bit of color in those cheeks, Petal. Are you harsh? Cold? Feverish? Auntie Edel will search out. I've lotions and potions galore. Oh, die ist ja süß. Oh. Dich umsorgen lassen. Ja, wir machen mal. Aha. You take a soup of that and you'll feel right as rain, sweetie. Was ist das genau? Okay, dann, äh, könnte diese Gebräu auch bei ernsthafteren Problemen helfen. Weiß was, ich frag einfach mal. Well, that depends. What's wrong, Lovey? Ähm, ich habe eine Krankheit, eine ungewöhnliche... Ah, ja, 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 wegen den, wegen der Larve. Ich hab grad gedacht, wir können lustige Sachen sagen. Ja, wir haben ja, wir haben ja, das ist ja, wir haben einen Parasit. Oh, I've seen it all. I once had a fella, who'd been caught dabbling with a dryad. The wife was none too pleased and introduced him to a pot of boiling oil. Oh. But worry not. I fixed him up and depending on the lighting... He looks good as new. My point is, whatever ails you, I promise I've seen worse. Ah. Why, she sounds positively demented. I love it. Let's tell her everything. What is it, Petl? What's wrong? Also. Ich habe einen Gedankenschinder-Parasiten in meinem Kopf. Oh, oh. Ich hab Angst, dass sie uns gleich rausschmeißen hier. Aber wir erzählen's dir einfach mal. Und als Sie sich erzählen, Auntie Ethel knuts along, her eyes wide. Oh, you poor pet. My heart goes out to you, truly. I see no sign of a tentacle yet. But that could change in an instant. You need help. Serious help. Okay. Wo ist denn Home? Was denn so? I've collected some interesting bits and bobs over the years. You'll have to stop by my house just at the edge of the forest. Let me mark it on your map. I'll be heading back soon, so I can meet you there. No, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Ah, die ist schon, die ist, das ist schon, dat ist schon, oh. Hey, brother. Dat ist ne Liebe. Gegenstand erhalten, Trank. Die hat uns aber nen Trank der mächtigen Heilung geschenkt. Wow. Okay, was denn das hier? Trank der Unsichtbarkeit. Mhm. Korrelons Gnade. Wasser. Schön. Balsam, Pipapo, Fisch und ne Wurst. Oh, ich hab voll Bock auf ne Wurst. Ich muss mal langsam was essen. Äh, vier Heiltränke. Kosten 92. Können wir uns, könnten wir uns gerade noch so leisten? Ich sollte sie vielleicht kaufen. Ich bin mir unsicher. Elixier der Hügelriesen-Stärke. Erhöht deine Stärke auf 21. Auch geil. In diesem Trank schwimmt der Fingernagel eines Hügelriesen. Der faulige Gestank macht den Konsum zur Herausforderung. Aber ich mein, ich hab noch acht Tränke, jeder von uns hat zwei. Wir haben noch den großen hier. Ich glaube, wir sparen erstmal ein bisschen Geld. Vorsichtshalber. Ja. Ist schon okay. Be careful on the road. I'd hate if something happened to you. Take care, Peggy. Ja, die ist schon, das ist schon, das ist schon zu gut. So. Irgendwie scheint mein Spieler aber gerade Probleme zu haben, mir zu folgen. Ich kann nicht ins Inventar gerade. Oh, das liegt daran, dass wir gerade hier sind. Hier steht auch immer noch Leertaste überspringen. Ich glaube, ich habe hier einen Bug. Deswegen kriege ich auch nicht das Journal, sondern immer nur Dialogverlauf. Ich glaube, wir sind immer noch im Gesprächsbildschirm. Ich würde mal ganz kurz eben speichern und dann laden. Neuer Spielstand, die senke. Mal gucken, was passiert und dann lade ich das nochmal. Spiel laden, die senke. Wir gucken mal, vielleicht ähm... Ich scheine einen Bug erwischt zu haben, wo ich ständig im Dialogbildschirm bin. Das könnte uns Vorteile verschaffen, eventuell. Vielleicht wären wir nicht angegriffen. Hm. Jetzt ist eh zu spät. Hätten wir vielleicht vorher exploiten sollen. Oder gucken, ob es geht. Aber vielleicht laden wir jetzt den Spielstand und sind direkt im Talkbildschirm. Also im Dialogbildschirm. Wenn das Spiel lädt. Es lädt und wir sind wieder da. Huch! Okay, das sind die Kisten, die wir geöffnet hatten. Die wir aber nicht sehen konnten. Oh! Okay. Warte, warte. Hier hat er gerade ein paar Probleme. Sehr gut, sehr gut. Wenn ich jetzt auf Journal gehe, jetzt sehen wir auch wieder alles. So, bitte die Goblin-Priesterin um Hilfe. Wir erfuhren, dass ein Goblin-Stamm von einer Priesterin mit mächtiger Magie angeführt wird. Es ist riskant, sich mit den Goblins einzulassen, aber es könnte der einzige Weg sein, um geheilt zu werden. Rufe, Tantchen, Essel oder Etel zum Hilfe. Im Hain trafen wir eine exzentrische alte Dame. Sie glaubt, dass sie unsere Parasiten entfernen kann und hat uns in ihr Teehaus eingeladen. Ich glaube, beide können es nicht. Rette die Flüchtlinge. Kaga, Anführerin der Druiden, befahl den Tieflingen, den Hain zu verlassen. Zevlur fürchtet, dass sie auf der Straße nicht überleben werden. Er will, dass wir eingreifen. Rette die Goblin-Frau Satza. Die Goblin-Frau Satza wird im Hain gefangen gehalten. Wenn wir sie befreien, will sie uns ihrem Stamm vorstellen, dem auch eine mächtige Heilerin angehört. Begleiter, die Klinge der Grenzen. Kalach. Ach, da Will war das. Genau, wir haben Will rekrutiert. Ein Monsterjäger, der als die Klinge der Grenzen bekannt ist. Es ist seine Mission, die mächtige Teufel in Kalach zu töten, die eine Gefahr für die ganze Schwertküste darstellt. Okay, hey, wir haben schon zwei Quests abgeschlossen. Erkunde die Ruin. Ach so. Wir haben die immer noch nicht fertig erkundet. Ach ja klar, da ist noch ein Tor, dass wir noch ein Ding uns offen. So, Dammon. Hallo Dammon. Hm. Die Schmiede fällt ja gleich auseinander. Seid ihr ein Schmied? Da für die Münzen. Ah. Okay, lasst mich eure warten. Okay, okay, okay. Da haben wir schöne Dinge. Schuppenpanzer. Mhm, mhm, mhm. Ein Kettenhemd. Ja, das können wir alle schonen. Okay, okay, okay. Lederhandschuhe. Ja, haben wir bereits. Metallhandschuhe. Rettungswürfelstärke plus eins. Kosten 92, könnten wir uns holen. Ich spare momentan noch zu viel. Ich spare momentan noch zu viel. Rettungswurf plus eins. Wir müssen mehr looten. Wir müssen mehr looten, damit wir uns mehr leisten können. Ich, äh, hab zwar noch 168. Warte mal, 168, wieso? Äh. Ist das der Wert? 128. Ups. So, warte, warte. Hm. Okay, na gut. Äh, ja, momentan nicht. Leichte Armbrust plus eins. Momentan noch nicht. So, weggehen. Ich weiß, wir könnten uns dann, äh, wir könnten letzten Taler ausgeben, um dann noch irgendwo ne plus eins drauf zu kleben. Könnten uns maximal ein Item leisten. I'm not grumpy. Steintür? Hier. Was macht denn die Steintür? Verborgenes Gemach. Ähm. Oh. Ach, hier ist Zevlor. Ah. Gut, dann klaue ich mal nicht. Aber hier ist noch ein... Hat euch je ein Gott das Blut gewechselt? Es ist grauenhaft, selbst für jene, die es wünschen. Doch wenige Tieflinge wünschten, dass Asmodeus ihre Körper fordert. Man ließ ihnen nur keine Wahl. Nicht, dass wir uns vor diesem Zug des Erzteufels beliebt gewesen wären. Unser Volk musste sich schon immer gegen den Namen Teufelsbrut zur Wehr setzen, als würde ein einziger Tropfen höllischen Ikors einen unweigerlich verderben. Höchst amusant, wo so viele andere doch bereitwillig ihre Seelen an Dämonen verkaufen, ohne dass ihre Kultur als Ganzes dafür verdammt wird. Aber wie sollen wir uns rehabilitieren, wenn das Verbrechen nicht unseres war? Ich würde ja jedem Hexmeister, der am Asmodeus verfluchten Ritual beteiligt war, eine Klinge ins Herz rammen. Aber persönliche Rache kann den Willen eines Gottes nicht ungeschehen machen, schon gar nicht den des Herrn der Lügen. Wenn einen jeder für einen Dieb und Ketzer hält, ist es verlockend, einer zu werden. Mich hält nur eines davon ab. Das Wissen, dass es Asmodeus größter Wunsch wäre, dass wir alle in Ungnade fallen. Okay. Wer ist denn Tilsis? Und natürlich Zevlo. Ich habe Angst, hier was zu klauen. Reiseführer zu Baldus Tor. Oh, da muss ich mal kurz lesen. Vielfältigkeit ist das Blut, das in den Adern der Stadt pulsiert. Sei es zum Guten oder Schlechten. Die Getreuen finden einen Ort zum Beten. Die Hingebungsvollen finden Arbeit, die getan werden muss. Und, damit es alle wissen, die zu Besuch kommen wollen, die Kriminellen unternehmen, florieren in Baldus Tor ebenso wie der Rest. Zevlo. Haben Sie mit Korga gesprochen? Ja, noch nicht. Habe ich noch nicht gemacht. Natürlich. Sie haben Ihr eigenes Geschäft, um zu betenzen. Aber, wenn die Druiden nicht dieses Ritual von ihnen abhören, wird es für alle von uns ein Problem sein. Für alle von uns. Ja, okay, gut. Müssen wir erstmal da reden. Invasionspläne für Elturgard. Elturgard. Warum auch immer Sie das tun, möchte ich mal sagen, ne? Was? Immer in der Mitte. Memoiren eines Tespiers. Die größte Freude im Laben. Im Laben? Im Leben. Die größte Freude im Leben war nicht die Schauspielerei, sondern das Sein. Wenn man sich entscheidet, einen Charakter zu spielen, trägt man nicht nur eine Maske. Man nimmt einen kleinen Teil von dessen Seele in sich auf. Wer man im Innersten auch ist, man verändert sich dadurch ein wenig. So. Mehr mache ich immer nicht. Die Bücherstapel durchsuche ich mal nicht. Ich habe Angst, dass ich hier des Clowns bezichtigt werde. Wenn ich doch nur Bücher lesen will, um mich zu bilden und euch natürlich auch. Warte, da ist nichts mehr, ne? Abgrund. Okay, der wohnt hier einfach im Kämmerlein. Wir gehen mal wieder raus. Der wohnt da einfach. Und wir müssen immer noch mit den Droiden reden. Ich will die Kamera mal hoch runter drehen, aber es geht einfach nicht. Tafel. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay, okay, okay. Äh, hier sind Kühe. Können wir da noch lang? Da unten waren wir ja schon. Hä? Seltsamer Ochse. Hm? Ist es ein Druide? Arkane Kunde. Der Ochse macht dich nervös. Den Grund dafür herausfinden. Ja, was soll's. Komm, wir, wir, wir gehen mal. Natürlich. Natürlich. Hey, hey. Was soll ich, was soll ich euch sagen? Was? Es ist ein, es ist, es ist offenbar mein Schicksal. Okay. Ja, warte, warte, warte. Schnaub, schnaub, schnaub. Hm? Schnaub, 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 schnaub. Okay, ich kann nicht mehr mit dem reden. Ist alles vorbei. Kacke. Könnt ihr mitnehmen? Metallhandschuhe, die sind nicht rot. Okay, wen haben wir denn hier hinten? Mathis? Hä? Schickes Kunststück? Ja, ich... Aber... Der braucht doch mehr als wir. Ich nehm den Ring mal. Okay, ich sag Kopf. Heads it is. See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? Hm. Danke für den kostenlosen Ring. Halt, ein einziger Münzwurf beweist noch lange nichts. Okay. Fair. Let's go again. Heads or tails? Call it. Äh, Kopf. Heads it is. There. Happy? Okay. Aber ich will... Ich will netter sein. Ist alles so... Hier, nimm den Ring zurück. Darf ich deine Waren sehen? Ja, ich hab einen kostenlosen Ring. Noch nicht, wirf nochmal. Den Ring zurückgeben und gehen. Aber hier, nimm den Ring zurück. Darf ich... Ich kauf trotzdem was. You got it. One sec. Nehmen wir mal das. That's what I got. Gescheitert. Wahrnehmung. Hat er Geld geklaut? Ich... Ich hab so einfach so ne Waps hier. Diebeswerkzeug. Na sowas. Ring der totalen Unsichtbarkeit. Dem Ring fehlt der Edelstein. Vielleicht ist der Stein auch nur sehr unsichtbar. Aha. Diebeswerkzeug. Ist eigentlich... Das wär ganz gut. Tabells. Leitfaden der Ablenkung. Ein fehlgelesener Leitfaden. Übertäuschung. Bühnenkunst. Und schnelles Gold. Blaue Kappe. Ein Keks. Drei Lagervorräte. Die raue Schale. Verbirgt ein weiches Inneres. Mit jeder Menge... Ige süßter Rosinen. Kann ich nicht kaufen. Ganzes Hühnchen. Der gerupfte Halsbaum ist schlaff. Die toten Augen sind leicht geöffnet. Vorratspakete. Und viele Färbemittel. Eine Gabel. Ein Eimer. Eine Blaukappe. Kekse. Soll ich Kekse kaufen? Ich kauf ihm einfach Kek... Ah, was sind Rosinenkekse? Das geht nicht. Dieser Krug mit bitterem Bier ist randvoll. Genug für alle oder auch nicht. Ein Lagervorrat. Liebeswerkzeug brauchen wir ja. Also haben wir eins dabei. Und wir haben ja noch ein paar. Brauchen wir aktuell nicht. Ring der unbegrenzten Wünsche. Oh. Dieser Ring ist an der Außenseite grob mit unsinnigen Runen beschriftet. Ring der Ameisenresistenz. Dort wo dieser Ring mal einen Stein trug, befindet sich jetzt ein Tropfen Baumharz mit toten Ameisen. Ring der Likinesus. Der Likinesus? Okay. An diesem Kupferring ist ein Stück Angelschnur geknotet, an welchem ein kleiner Kiesel hängt. Weißt du was? Ich nehme einen Ring der unbegrenzten Wünsche einfach mal mit. Ich mach das einfach mal. Komm. Warte, warte. Warte, warte. Ich muss natürlich erstmal hier handeln. So. Hab ich einfach mal gemacht. So. Verkaufen können wir gerade nix. Wir haben ja schon alles verkauft. Deswegen. Ich glaub das ist okay. Hab ich mal gemacht. Und. Oh. Eine halbe Sonnenmelone. Die nehme ich auch mit. So. Das soll reichen. Hat ein bisschen was verdient. Ist doch schön. Du hast... Du fühlst plötzlich etwas gegen deine Beine bewegt. Und schau. Motiv erkennen. Sie schweigend mustern. Vielleicht sind es nur Krokodilstränen. Athletisch. Ihr Theater ignorieren. Und sie packen. Gedanken wahrnehmen. Ihre Gedanken lesen. Ich probier das mal. Obwohl. Motiv. Eins von Weisheit. Von Motiv erkennen Übung. Ich versuch mal das Motiv zu erkennen. Probieren wir es mal. Fünf. Müssen wir schaffen. Und wir kriegen plus drei. Ich bin gespannt ob wir es hinkriegen. Na gut. Na gut. Auf sie los gehen. Echt hin oder her. Sie wollte dich beklauen. Na gut. Ganz ruhig. Ich bin nicht wütend. Du hast doch nicht mal geschafft mir was zu stehlen. Ich kann das nicht mehr machen. Matis. Ich bin sorry. Hm. Matis. 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 Deine Partnerin ist eine Diebin. Ja. Ich weiß. Ich stand hier. Sie sagte ihr zu robben. Okay. Ich warne dich. Wo ich herkomme werden Diebe bestraft. Drastisch. Dann tu wenigstens du als Täter es dir leid. Es ist wie es ist. Kiste öffnen. Wir könnten ihn natürlich auch beklauen. Aber mal ganz ehrlich. Was ist das? Oh. Ein Loch. Kann ich gerade nicht nutzen. Hä? Ich. Wahrnehmung erfolgreich. Toll. Aber ich. Kann es nicht benutzen. Weil. Ich zu groß bin. Okay. Also sie ist euch doch verschwunden. Das. Sollen wir daraus lernen. Schade. Ich dachte wir können sie mal ansprechen. Aber leider nein. So. Was ist denn? Was ist denn hier los? Hey. Rächeln. Sehr gut. Ah. Locke und Chromiere. We need to get Arabella out. Now. You heard the guards. They waiting on Corka to give word. I'd sooner trek through the nine hills than trust that snake. Ugh. Hmm. Ich habe gesehen was passiert ist. Warum haben die Druiden eure Tochter? Ah. 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 Ohne mich hätten euch inzwischen die Goblins überrannt. Ich gehe wohin ich will. Warum? Was ist denn hier unten? Ich will keinen Ärger. Kann ich nicht einfach passieren? Ah, ok. Volo. Oh, das ist also Volo. Ach, gucke. Tschuldigung, da ist ja unser Freund der Volo. Der berühmteste Bade von Baldurs Tor. Wie immer man das übersetzt. Also mal macht man so, mal macht man so. Beides ist richtig. Mein Desinteresse kennt keine Grenzen. Ich habe keine Zeit für eure Fragen. Nein. Nun, von mir aus fragt. Glory. Now then. How would you describe that particular batch of Goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of Goblin behavior. Die Würfe gelingen mir öfter als die anderen. Gewöhnliche Goblins von Peitschern angeführt und von Booyahs flankiert. Eine genaue Beschreibung liefern. Dann machen wir das. Was? Der, der was? Der, da, da, was? Messing? Da besteht kein Zweifel. Nein, da war kein Drache. Bitte was? Dragon. Nein, ich glaube nicht. Nein. Ich war zu sehr aufs Überleben konzentriert, oder? Haben die das gerufen oder nicht? Ich, äh, ich kann mich nicht erinnern. Ich sag mal ja. They did, didn't they? Oh, oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports, they've abandoned their God, Maglavia, in favor of someone called the absolute. The Scandal. Hm. Deine Zunge hüten. Ich hüte meine Zunge. Never you mind. I'm on my way to their camp as we speak. I always knew my studies in Gukliak would come to some use. Mhm. Okay. Vorsicht, Goblins sind nicht für ihr Mitleid bekannt. Das ist richtig. Aber das interessiert mich mehr. Wartet. Warum habt ihr vorhin einen Drachen erwähnt? Ah. Warte, warte, vielleicht nochmal? Pardon me. I must prepare to travel. Good day, my friend. Wo wollt ihr denn hin? To the Goblins' Camps nearby, of course. I've been tracing their doings with great care. Whoever this absolute their worshiping might be, I'll be the first to write about it. Mhm. Na gut, ciao. So, und Bosk, was mit dir? Hallo, Bosk. Okay. Herbstkrokus. Oh. Kann ich auch mal mitnehmen? Okay. War ja nicht rot. Hey, Ela. Ja sicher, das habe ich mir auch gedacht. Aber dann war es doch was anderes. Hey, Inve. In Umbram Cretus Sanguinei Iuratus. Mhm. Klar. Libellen unter Art. Agene Cullamum. In Umbra. Tua. Pater Arborum. Wer ist denn Pater Arborum? Ich kenne doch Arborex, den großen Baum. Der hatte einen schönen Traum. Oh, guck mal, ein Hauer. Oh, hallo. Der kleine Hauer. Oh, der ist schon süß. Hier ist Apicusis. Oh, Entschuldigung. Was habt ihr zu diesem Hobel, zu diesem Vogel gesagt? Entschuldigung, ich war nur... Okay. Ich habe den Hain verteidigt. Ich bin nicht euer Feind. Hier, ich habe sogar einen Würfel. Der mir wieder Bärendienste leistet. Oh Gott. Na gut. So soll es sein. Klingt, als müsste sie aufgehalten werden. Wie kriegen wir das hin? Was ist mit Hälsen passiert? Gibt es hier irgendwelche Heilkundigen? Schützt dann erstmal den Hain nicht. Der helft den anderen nicht bei den Vorbereitungen. Es gibt auch ein Ritual des Hain schützen. Was ist mit Hälsen passiert? Haben wir den eventuell... gesehen? Ne, ne? Okay. Schützen das Ritual den Hain nicht. Es gibt auch ein Ritual, das Hain schützen kann. Hälfte meine Vor... Fangen wir nach den Heilkundigen lieber. Netti. Okay, na gut. Das hier ist total sinnlos, wenn wir gerade besprochen haben, dass das Ritual nicht cool ist. Deswegen sage ich das einfach auch nicht. Elflin, was ist los? Ja gut, wenn du meinst Elflin, dann wird das schon stimmen. Ich glaub dir das. Oh, Karik. Reisebus. Gut. Das... Tufet. Wer ist denn Tufet? Hey Tufet! Schnupper. Ja Tufet. Ein Fisch neben den Aufzug werfen. Mit Tieren umgehen. Oh. Aber ich werfe mal einen Fisch in den Aufzug. So kann man auch mit Tieren umgehen. Da. Hölzl. Hä? Ist auch ein Druide? Oh. Oh wie süß. Hallo Hölzl. Ich mach mal mit Tieren umgehen. Das Verhalten studieren. Ich mag Eichhörnchen zufällig. Was ich gleich... Was ich gleich... Ich... Okay, bitte. Komm. Beim Eichhörnchen. Mach es. Ja. Ja. Zum Glück. So. You follow the squirrels gaze to a pair of clumsy ugly feet. Your own. On her territory. Looking around. Her territory extends from one end of the grove to another. Hm. Treten. Es mit einem Zung schnalzen tadeln. Verschwinde jetzt drohen. Ich mach mal Zung schnalzen. Ich will gar nicht tadeln, aber ich probier mal das. Eigentlich sollten wir weggehen, aber ich mach trotzdem mal. So. Ah puh. Ha. Knapp. Ja. 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 Oh, ist das süß. Das ist Belohnung. Wir haben Hölzl überzeugt, uns in sein Gebiet zu lassen. Er hat uns ein kleines Geschenk hinterlassen, damit wir uns von den Bäumen fern halten. Ein Hiänohr. Was? Wow. Okay. Oh. Da ist Hölzl. Okay. Wir halten uns mal von den Bäumen fern. Ich weiß aber auch gar nicht, wo ich hingehen muss, wenn ich ehrlich bin. Da geht's irgendwie hin. Bin ich einfach... Ich bin einfach raus aus dem Hain, ne? Wir sind jetzt wieder hier beim Tor, oder? Ja. Äh. Ich glaube, wir sind wieder beim Tor. So. Hölzl. Entschuldige bitte. Ich muss noch mal kurz durch. Da geht's noch hoch. Okay. Ich muss mal schauen. Haben wir da unten eventuell den Ober... den Oberdruiden nicht gesehen? Oh. Ich hab die Hälfte der Leute oben vergessen. Ich hoffe, die kommen trotzdem runter. Weizen. Da ist ein Vögelchen. Gold. Da ist ein Vögelchen. Kann ich das... Ah, Mist. Wer bist denn du? Topaz. Hallo. Zwitscher. So, Weidenkorb. Äh. Ne. Vervollte Karotte. Lass mal. Habt ihr zugelernt. Äh. Doch. Abhol... Du bist das wieder. Okay. Aber wo können wir denn hier noch hin? Da. Ins Steintor bestimmt, ne? Ja. Wir gehen mal durch die Steintür. Machen wir das mal. So. Rette Arabella. Bitte. Und bitte. Ich bin sorry. Das ist eine Ordnung, Korg. Sie ist nur ein... Was? Ein Thief? Ein Fisch? Ein Fischung? Eine Fischung? Ein Fischung? Ein Fischung? Eine Fischung? Ich werde den Dunkel in den Weiden. Und ich werde jeder Weidener auskaufen. every stranger so was ist das hier so einsperren sie ist noch ein kind was hat das mädchen wirklich verbrochen natur wie viel haben wir denn minus 1 intelligenz überzeugen lass sie frei ich sorge dafür dass sie keinen ärger macht plus 2 sie ist doch noch klein lass sie sonst kriegt es mit mir zu tun kargas gedanken lesen ach das würde ich gerne mal aber ich versuche zu überzeugen wobei wir auch ein außenseiter sind wir sind auch fremde also eigentlich aber eigentlich das hier wäre eigentlich wieso minus 1 intelligenz ist doof weil eigentlich stimmt das doch 1d 20 minus 1 1d 20 plus 2 ich guck mal vielleicht haben wir 12 kacke kacke das spiel ist so gemein eure schlange ist bereit das kind zu töten wollt ihr wirklich sein blut an euren händen haben vorteil höchsten wurf situationsabhängig gedanken wahrnehmen lasst das kind gehen damit es den anderen von eurer macht künden kann probieren wir mal das ich muss es einfach mal von überzeugen übung plus 3 von stärke aber ich will ne sonst sagen sie heute mal koch ich will halt nicht drohen so geht das also so Ja, sie ist mehr wert, als hier. Zipf, Zipf! Teela, zu mir! Zipf, Zipf! Out, Thief! Meine Liebe hat ihre Grenzen. Es tut. Danke, Korga. Master Halson wird... Halson ist nicht hier. Halt seine Namen aus. Lass Teela pierce ihn. Oh nein. Ich hasse Wölfe. Ach, das ist ja cool. Tochter der Dunkelheit heißt Wölfe. Das ist natürlich nicht cool, aber das ist ja cool, dass sie es so auswirkt. Rette Arabella. Wir konnten Arabella retten, die sofort zu ihren Eltern rannte. Okay, okay. Wir erfuhren, dass ein mächtiger Druide namens Halson seit einer Expedition auf Goblin-Gebiet vermisst wird. Er könnte uns vielleicht helfen. Und Heilerin Nettie, als wir nach Heilung fragten, wurde uns geraten, im inneren Heiligtum Ausschau nach Nettie zu halten. Okay. Und hier noch Tochter der Dunkelheit. Äh... Sie scheint eine tief verwurzelte Furcht vor Wölfen zu haben. Wir sollten herausfinden, ob sie darüber reden möchte. Ja, probieren wir es mal aus. Die sagt uns auch nie die Wahrheit, ne? Glaub ich. Oder es ist doch eine alte Wunde gewesen, weil das war doch als die Wölfe, als der Wolf aufgetaucht ist. Aber vielleicht war es ja eine Wolfswunde. Ich weiß nicht genau. Wie sehr tut es denn weh? Wahrscheinlich ein alter Wolfsbiss. Na gut. Erzählt mir doch von eurer Furcht vor Wölfen. Wölfe? Wirklich? Das sind nur große Hunde mit schlechten Manieren. Hm. Jeder hat seine Ängste. Ich werde die Euren nicht beurteilen. Ich werde in Zukunft versuchen, Wölfen aus dem Weg zu gehen. Ja, wir versuchen das, aber ich versprechen, kann ich es nicht, wenn die angreifen. Hm. Na gut. Wir machen weiter. Und wen haben wir hier? Gail. Das sollten wir bald tun. Etwas Wichtiges? Also schön. Sprecht. Er will natürlich während einer Rast darüber reden. Wir nehmen uns natürlich trotzdem die Zeit. Wir sind jetzt auf dem Weg zusammen. Haben wir? Hm. Wir haben ein paar Veränderungen übergebracht. Wir haben ein paar Obstage übergebracht. Seitdem du so nett genug warst, mich von dieser Steine, habe ich gesehen, dass du eine unglaubliche Geil und Gewalt demonstrieren. Die Art, wie du vor einem Crossbow standest, um eine Mörder zu verhindern. Die Art, wie du Korger die Frau verlassen hast. In kurzem. Ich habe mich zu dir vertrauen. Oh. Das ist aber ein Lied. Das ist... Das ist... Das ist erfreulich zu hören. Hm. Okay. Ihr lügt entweder oder seid wahnsinnig oder täuscht mich an anderer Weise. Ihr seid nicht der, für den ich euch hielt. Haha. So einfach aus dem Nichts. Okay. Welcher Zustand? Die Spezifiken sind eher persönliche. Aber es ist eine Malade, die ich mit leben gelernt habe. Und nicht ohne irgendwelchen Effort. Was es an die Frage kommt, ist das. Immer so oft muss ich meine Hände auf einem körperlichen, magischen Etem und die Weave in der Mitte absorben. Mhm. Okay. Okay. Eine Krankheit führt dazu, dass ihr rohe Magie verschlingen musst. Darüber will ich mehr erfahren. Von welcher Art von Gegenständen sprechen wir? Aber ich frag trotzdem mal. Ich hoffe, das ist nicht zu persönlich. Ich kann nicht mehr sagen. Nicht jetzt, in Ordnung. Okay. Nur glaub ich mir, wenn ich sage, dass es alles wichtig ist. Es gab Tage, seit ich letztens ein Artifakt verwendet habe. Und bevor wir uns abdukt. Es ist nur ein Zeitpunkt, bevor meine Lieblings zurückkommen. Das ist deshalb, dass ich dich zurückkehren. Ich brauche dich, um mich zu finden, zu finden, was ich magische Etems zu verwendet. Das ist wichtig. Darüber kann ich sagen? Kritik. Ui. Okay. Gut. Ähm. Dann, wo werden wir die Artefakte finden, die er sucht? We've already done the finding. In fact, you have one in your possession. You know for yourself, how hard one such a item was. And it will be no easier, when even more are required to assuage my hunger. Puh. Das. There'll be danger involved. All great cost. Ja, dann tschau. Ne? Dann mach's mal gut. War echt schön, dich kennenzulernen. Ne? Gut. Ich helfe gerne. Ja, natürlich. Ich helfe... Ich helfe nicht ganz so gerne. Ich helfe... Natürlich helfe ich gerne. Ja, ich hätte die Sachen verkaufen können. Ich hätte die auch ausgerüstet. Ich helfe so gerne. Aber was für Gegenstände. Das hätte ich gerne gewusst. Das wäre mal interessant gewesen. So, Kaga. Okay. Äh, Rat. Ich helfe erstmal mit denen. Kaga scheint gefährlich zu sein. Hand aufs Herz, das scheint wirklich... Und wenn ich's nicht getan hätte, was wäre dann geschehen? Ja. Ah, okay. Verstehe. Kaga muss ausgetauscht werden. Kaga freut sich, dass sie der Boss ist. Wer ist eurer wahre Anführer? Wie hat Kaga den ganzen Hain übernommen? Auch interessant. Master Halsin. Perhaps Goblin called. Perhaps dead. He'd set mistress Korga back in line. Hold her to task. Stop this damn ritual. More will die, if the right is finished. So many more. Sent into a world gone mad. Okay. Wenn niemand Halsin sucht, könnte ich es tun. Would you? I would give anything to see Halsin return home. Okay. Keine Sorge, ich werde ihn finden. Sylvanas is blessing upon you. And my gratitude as well. Das erklärt einiges. Nach Westen. Nach Westen. Knur. Hey Loic. Please leave. Our hospitality has limits. Mhm. And they were crossed long ago. Mhm. Mhm. Hey Marco. Marco Ruehl. Marco Ruehl. What will the Tieflings want next? Letting the hell tower go is a mistake. Ah, ich klop der gleich mal in da rein, Junge. Tafel gefallen. The towers seized. The battle done. The moonrise broke the darkest one. You recognize the mark of the dark goddess Shah on the broken helmet. This army marched in her name. So many dead. Sent to the night singer's embrace. Moonrise must be a reference to Shah's divine sister, Seluna. Full cool gemacht mit der Lore und den ganzen Geschichten und so. Ich möchte, äh, ich möchte nochmal, was wollte ich nochmal sagen? Ah ja, genau. Das wollte ich die ganze Zeit nochmal sagen. Äh, ich find's so krass, ne? Wir sind, wir haben das Spiel angefangen. Und ich hab das Gefühl, wir sind seitdem erst drei, vier Meter weit gekommen. Und wir haben, oh ich muss übrigens, ich muss übrigens Level upen, seh, seh ich gerade. Wir sind drei, vier Meter weit gekommen. Und es ist so unfassbar viel Content. Es ist eine unfassbare Content-Dichte in dieser Welt. Also ich komm' gefühlt keine zwei Meter weit. Es ist halt immer überall irgendwas. Geschichten, Aufgaben, Lore, Bücher, NPCs, Nebenquests, alles. Das ist schon ziemlich, boah, also ich bin, äh, oh hallo. Äh, ich bin schon sehr, äh, beeindruckt. So, und ich mach mal kurz Level ups. Geh doch noch schnell mit. Ich hoffe ich muss nicht aussuchen. Klassenmerkmal, Batman. Entscheidungen ausstehen. Tierherz. Okay. Kampfrauschladung. Du kannst nun öfter, je lange Rast, im Kampfrausch geraten. Mit Tieren sprechen kann ich jetzt. Erhalte die Fähigkeit Tiere zu verstehen, mit ihnen zu kommunizieren, bis zu langer Rast. Tierherz. Wähle dein Tierherz aus, du kannst das Herz bei jedem Stufenaufstieg ändern. Im Kampfrausch kannst du gnadenlose Wildheit verwenden und bist resistent gegen jede Schadensart außer psychischen Schaden. Adlerherz. Im Kampfrausch kannst du Sturzschlag einsetzen, außerdem sind Gegner bei Gelegenheitsangriffen gegen dich im Nachteil und du kannst Spurt als Bonusaktion verwenden. Oh. Elchherz. Im Kampfrausch kannst du Urmassenflucht einsetzen und deine Bewegungsrate ist um 4,5 Meter erhöht. Tigerherz. Im Kampfrausch kannst du Tigerblutwurst einsetzen und deine Sprungweite steigt um 4,5 Meter. Wolfsherz. Im Kampfrausch kannst du anstachelndes Heulen einsetzen und deine Verbündeten sind bei Nahkampfangriffswürfen gegen Feinde im Abstand von bis zu 2 Meter von dir im Vorteil. Wildheit, bist resistent gegen jede Schadensart außer psychisch? Hm. Aber Adlerherz spurt als Bonusaktion. Wie wirkt sich das aus? Kann ich Spurt verwenden und trotzdem zuschlagen? Sind Gegner bei Gelegenheitsangriffen gegen dich im Nachteil? Im Kampfrausch kannst du Sturzschlag einsetzen. Ich glaube, ich würde Adlerherz gerne mal ausprobieren und wenn das nicht taugt, dann würde ich Bärenherz aus... Ich probiere erstmal Bärenherz aus. Bärenherz. Bärenherz. Ok. Benadenlose Wildheit. Sammle Ausdauerreserven um dich zu heilen. Aussehen Bärenpiercings? Was? Adlerpiercings. Elchpiercings. Tigerpiercings. Wolfspiercings. Sieht auch cool aus. Unterwerferschleifen. Unterwerferschleifen? Ich... Die sehe ich gar nicht. Nehmen wir erstmal die... Nehmen wir erstmal die... Nehmen wir erstmal... Ach hier kann man das besser sehen. Die Bärenpier... Äh... Das ist ja aus wie ein Popel. Was wird am Popel hängen? Das ist nicht cool. Adlerpiercings sind glaube ich ganz geil. Also hier, hier, hier. Das ist aber ne Menge. Hoffentlich rostfrei. Elchpiercing ist auch irgendwie... Das... Das muss die ganze Zeit kitzeln auch an der Nase. Das ist nicht gut. Tigerpiercings. Ja... Weiß ich nicht. Da kann man auch was dran aufhängen. Zum Trocknen. Wolfspiercings ist dann auch irgendwie... Das ist alles ganz komisch. Und die... Ach... Das sind unsere... Ah, die wir vorher hatten. Okay, ich bleib mal bei denen. Okay, annehmen. So, haben wir... Dann hier nochmal. Stufenaufstieg. So. Klerikerstufe 3. Mhm. Zauber vorbereiten. Bin ich eigentlich momentan ganz happy. Domänenzauberlist. Spiegelbilder. Du hast eine Minute lang drei illusionäre Duplikate von dir um dich. Die Gegner ablenken und deine Rüstungsklasse um drei erhöhen. Nice. Spurloses Gehen. Du beschwörst einen Schleier aus Schatten und Stille, der dir und allen Gefährten in Reichweite einen Bonus von plus 10 auf Würfe auf Heiligkeit verleiht. Okay. Stille. Eine schalldichte Sphäre. Alle darin sind verstummt, so wie immun gegen Schallschaden. Okay. Wird dieser Zauber gewirkt, werden die Ziele möglicherweise feindlich gesinnt. Okay. Attribut verbessern. Ich muss einfach... Du musst so viele Sachen ausprobieren. Personen festhalten. Auch geil. Befehlen. Ach, das wollte ich auch noch machen. Lähme einen humanoiden Gegner. Er kann sich nicht bewegen und weder Aktion noch Reaktion ausführen. Angriffe innerhalb von drei Meter auf ihn sind stets kritische Treffer. Oh. Gebet der Heilung. Schwache Genesung. Heilt eine Kreatur von Krankheit, Gift, Lähmung oder Blind... Blindheit. Okay. Attribut verbessern. Es ist äh... Es ist äh... Puh. Blindheit. Schränke die Sichtreichweite eines Gegners ein. Er ist einfacher zu treffen und trifft ein... äh... trifft selbst seltener. Stille finde ich eigentlich gut gegen feindliche Magier, ne? Wunden verursachen. 3 bis 30. Auch nice. Heilendes Wort. Heilen. Die du sehen kannst. 4 bis 7. Die du berühren kannst. Das hier ist auf Entfernung. Ich würde glaube ich Wunden heilen rausnehmen und dann probiere ich mal Stille aus. So. Gucken wir mal. So. Wird ja auch mal Zeit, dass wir das machen. 2 Zauber erhalten. Entscheidung treffen. Natürlich. Ach du heilige. Ja gut, dass das nicht viel Auswahl ist. Ähm... Strahle Übelkeit. Magisches Gesch... Ich hab... Ich hab mal Stufe 2 Zauber, ja? Arkanes Schloss. Verschließ eine Tür oder einen Behälter mit einem magischen Schloss, das nicht durch Schlossknacken oder in den Zauberklopfen geöffnet werden kann. Blindheit. Aaaaah. Versch... Verschwimmen? Dolchwolke. Beschwöre eine Wolke aus rotierenden Dolchen, die alle im Wirbel angreifen. 4 bis 16. Krone des Wahnsinns. Lass einen humanoiden Gegner irre werden und die nächste Kreatur außer dir angreifen, auch wenn sie mit ihm verbündet ist. Das nehm ich mit. Dunkelheit. Erzeuge eine Wolke magischer Finsternis, die Kreaturen darin komplett verschleiert und blendet. Kreaturen können weder in die Wolke hinein, noch aus ihr heraus Fernkampfangriffe durchführen. Auch sehr praktisch gegen Bogenschützen. Dunkelsicht. Gedanken wahrnehmen. Konzentriere dich um die Gedanken mancher Kreaturen zu lesen, wenn du mit den Kreaturen redest. Kann, wenn ich ihm das gebe... Ich würde gerne mal Gedanken wahrnehmen. Vergrößern, verkleinern? Lass eine Kreatur größer oder kleiner werden, um ihren Waffenschaden, ihre Würfe auf Stärke und ihre Rettungswürfe zu beeinflussen. Hä? Wie cool. Ich kann das alles gar nicht ausprobieren. Hier ist so viel Stuff dabei. Klopfen. Öffne ein Objekt, das mit einem weltlichen Schloss versperrt ist. Was? Das nehme ich mit. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Können wir damit alles öffnen? Und vor allem nicht nur Truhen, sondern Objekte, also auch Türen? Ich wüsste da eine Tür in einem Tempel, die ich gerne mal öffnen würde. Das würde uns das ganze Diebeswerkzeug sparen. Theoretisch, wenn das klappt. Netz. Oh Mann, hier sind so geile Sachen dabei. Wir decken einen Bereich mit dicken, brennbaren Spinnweben, die Kreaturen dann verlangsamen und sie möglicherweise einspinnen. Zerbersten. Oh, geil. Fügt allen Kreaturen und Gegenständen in der Nähe Schaden zu. Kreaturen aus anorganischem Material wie Stein sind beim Rettungswurf im Nachteil. Auch sehr gut. Unsichtbares Sehen. Werde fähig, unsichtbare Kreaturen zu sehen und möglicherweise anderen zu enthüllen. Sengender Strahl. 6-36 Schaden. Junge, 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 Junge. Nebelschritt, okay. Gut, ich nehme das mal an. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr Zauber. Und schließlich und endlich, hier auch nochmal. Wieso ist jede Folge gerade über eine Stunde lang? Das ist nicht gut. Ich wollte eine halbe Stunde Folgen machen. Ach du Scheiße. Ähm. Zaubertricks. Ganz kurz. Die Folgen sollten eigentlich gar nicht eine Stunde lang werden. Also es kann sein, dass einige Folgen... Also normalerweise sollten die Folgen eine halbe Stunde lang sein. Aber... RPGs. Ihr wisst wie es ist. Ähm. Nicht wundern, wenn Folgen eine halbe Stunde lang sind, weil das eigentlich die normale Länge ist. Alles über eine halbe Stunde ist über Länge. Und alles über 20 Minuten ist Luxus. Ihr wisst Bescheid. Ja, da hat sich nichts geändert. Natürlich. Säurespritzer. Wirf eine Säureblase, die Jäger getroffen in Kreatur Schaden zufügt. Da würde ich glaube ich auch Fett nehmen. Aber Fett haben wir hier nicht, ne? Knochenkälte. Verhindere bis zu deinem nächsten Zug, dass das Ziel heilt. Ein untotes Ziel ist außerdem bei Angriffswürfen im Nachteil. Giftversprühen. Kältestrahl. Verringerte Bewegungsrate des Ziels. Eigentlich auch ganz praktisch manchmal. Schockgriff. Das Ziel kann keine Reaktion ausführen. Dieser Zauber ist bei Kreaturen mit Metallrüstung im Vorteil. Eigentlich auch gut gegen humanoide Gegner mit Rüstung, ne? Klingenbann. Erleidung in den halben Schaden durch Hiebstich und Wuchtangriffe. Freunde, du bist bei Charisma-Würfen gegen eine nicht feindlich gesinnte Kreatur im Vorteil. Tanzende Lichter. Erleuchtende Radius von 9 Meter. Licht. Ja, wir haben die Fackeln halt momentan, ne? Einfache Illusion, okay. Zielsicherer Schlag. Sei bei deinem nächsten Angriffswurf im Vorteil. Ist das für Nahkampf oder ist das auch für Fernkampf? So, ich nehme Säurespritze auf jeden Fall. Das mache ich. Und Knochenkälte. Dass das Ziel heilt. Giftversprühen. Ich nehme die beiden. Giftversprühen mache ich auch. Ich mache hier so ein bisschen Area Damage. Wir kriegen noch Zauber dazu. Personen bezaubern. Bezauber ein Humanoiden, damit ich die nicht angreife. Du bist außerdem bei Charisma-Würfen in Dialogen im Vorteil. Sprühende Farben. Selbstverkleidung. Okay. Ich nehme hier nochmal Personen bezaubern und schlafen. Schlafen kann auch sehr, sehr nützlich sein. Dann haben wir hier noch erweitert. Du kannst deinem Zauberrepertor einen Magiezauber deine Wahl hinzufügen. Ähm. Einfach so. Dann würde ich Schmieren nehmen. Den Boden mit Fett bedecken. Nebelwolke. Blende Kreaturen darin. Verschleiert sie komplett. Vielleicht auch gut Sprung verbessern. Rascher Rückzug. Erhalte sofort, so wie als Bonusaktion am Ende jedes seiner Züge spurt, bis dieser Zauber endet. Eigentlich auch geil. Federfall auch sehr praktisch. Aber ich nehme erstmal Schmieren. Weil ich glaube, wir werden ein paar Gruppen von Feinden treffen. Und da würde ich gerne gewappnet sein. Damit die nicht so schnell reinkommen vielleicht. Wir werden sehen. So. Dann würde ich sagen. Das ist überlängeständig. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann ähm. Ja. Ich rede mal mit der Dame. Und dann, glaube ich, holen wir mal den Meister des Heinz wieder zurück. Ich hoffe, dass wir den finden. Und ich hoffe, dass das Ritual noch so lange andauert. Äh. Ja. Das Glück ist mit den tapferen, schnellen, flinken, was auch immer. Mal schauen. Ich hoffe, wir schaffen das. Und ich hoffe, die Zeit verrinnt in der Zeit. Nicht. Die wir brauchen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und. Bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Tschüss. Do- Do- Not photos. Not. Ce n. pastry. Do- Nothing.